Was? Erinnerst du nicht? Es gab eine Memorie-Karte, die wir hier benutzen, um die Puzzle zu lösen. Ja. Er ist richtig. Es ist eine Schlange neben dem Schrauben. Es sollte auch für diesen funktionieren. Oh ja, da ist es. Genau. Ja. Well, lass uns einen Schuss. Hallo. Alex Chela V ist tatsächlich eigentlich das giftigste Gift in der Welt. Guten Fall. Tricked you, haha. Revelation incoming in 3, 2, 1. Okay, just give me a minute here. Er hat jetzt doppel Radical 6, Radical 12. I slid the card into the slot next to the screen. No sooner had I done so than an image of a waveform popped up on screen. Is there an audio file on here? Why don't we turn up the volume a bit? Oh, fehlt da ein Stück oder was soll das heißen? Ich glaube eines ist markiert, dieses Stück. Oder das, ja. Luna tapped a few things on the screen and the bar began to move across the screen. Before long, a voice drifted out of the speakers. Ist das Dio? Ich glaube jetzt die Sonne, aber ich glaube nicht, dass das ist. Never seen a moon this full. And that color. Whew. Tonight's that eclipse, remember? What a way to end 2028, huh? The moon is this amazing red. If it wasn't so beautiful, we got a bomb of this. I wish you guys could see it too, but... Sorry, forgot. You're supposed to be on Mars, aren't you? So, how are Phobos and Deimos looking right now? Sure, hope I'll get to look up at them someday too. Anyway, over. Hey, something wrong? Talk to me, guys. What? You gonna play hard to get, cause we haven't talked in so long? Enough jokes, alright? Knock it off. Where are you guys? Is there something wrong with the radio? You're saying everything's green? Well then, what the hell's going on here? Why aren't they responding? No, the video feed's online. Look, you can see all nine of them. Three at each table. What? Someone hacked our feed? What do you mean, this isn't live? An old clip on repeat? Who would do that? What in the hell is happening here? This is control. I repeat, this is control. Please come in. I'm asking you to respond. This is... Oh, thank God. You really had me worried there. What happened? Six of us are... dead. What? Counting myself, there are only three left. How? What are... They were killed. What? I... I guess you could say I killed them. No. No, that's not quite right. Not just them. Not just these six. All of them. All six billion. Soon, I will have killed six billion people. Are you there? Respond. Damn it. This is control. I repeat. This is control. We have an emergency situation. We have an unconfirmed report of six deceased test subjects. Six. On six billion. To the test site immediately. Shit. What the hell happened in there? Also, that's not Dio. Yeah, yeah. What? There were so a few things hidden. Is that it? Yes. What on earth was that? Any ideas? I got only frowns and shaking heads in response. Only one person showed erection other than stunned confusion. Tenmyoji. Long after the audio ended, he stared at the screen, deep in thought. Do you know something, Tenmyoji? Yeah. I think I know what that was. It's probably a transmission from the Mars mission test site. Mars? I'm sorry, what? You mean some kind of space travel? What kind of test site was it? Hmm. Did you know that the government is developing spaceships with particle annihilation engines? These ships would be able to get humans to Mars a lot faster than old chemical rockets. But they don't want to just send a manned Mars mission off half cocked. That was the idea behind this test. They built a whole complex on this old Air Force base in Nevada. The idea was that it would be a simulation of a manned mission to Mars with a crew of nine men and women. They'd monitor the whole thing and use that data to plan the real mission. Okay, then this much more will be seen. So what we just listened to was a transmission from that project. Involved? The intent was to create as accurate a simulation as possible. That meant we'd need to simulate the radio silence we'd experienced during conjunction. What's a conjunction? It means two things in space are close to each other. In this case, we're talking about a superior conjunction, where Mars and Earth are on the exact opposite sides of the Sun. So unless we've got some sort of relay, there'll be a period of time where we won't be able to communicate with each other. What we heard on that card was when the simulated conjunction was scheduled to end. That's when they died. No, we don't know that. They could have died long before that conversation. All we know is that's when it was discovered. So six of the test subjects died, right? Yeah. Well, do you remember what she said? There was something about how she didn't just kill six people. She said six billion. What the heck did she mean by that? Just what the hell happened there? Well, the virus, apparently. Radical Six, Temuji frowned and looked down at the floor. We were all silent as he paced slowly back and forth across the room. At last, he stopped, raised his head and spoke. The truth is that there's a chance of virus escaped from the test site. A virus? Wait, you don't mean... Yeah, Radical Six. What? How can that be? I'm just telling you what I know, okay? Nobody's sure how radical... One of the subjects might have been infected when they entered. Or the virus itself might have been an intentional part of the simulation. The test site deaths became the index case for a pandemic. They called it the S3 plan. Anyway, the following wisdom says it got out somehow. And once it was out, it spread pretty quick. All across the planet. And it killed six billion people? No, not directly. Best numbers put only a third or so of those deaths is directly caused by Radical Six. The other four billion died from the collapse caused by the deaths of that first third. The whole world just fell apart. The other two billion died from the same time. So, is that really happening in this world or what? Yeah, at least... He thinks that he knows that. Wow, uh... Damn. Ja, die gleichen Fragen wie du. 20, 28. Me, too. Christmas Day. I was kidnapped on Christmas, too. Clover and I were taken three days earlier, on the 22nd. Yeah. And you see what I'm saying, right? That recording was made close to a week after we were all picked up. What the hell is going on here? That thing is from the future. You see. 10 minutes remaining. All played. No vote. We're out of time. We need to go back to the warehouse. Wait. You have no answer. Don't care. I need more than 10 minutes to explain everything. Half-assing it is just gonna make you more confused. Now get moving. That's enough. Shut your damn hole or I'm picking betrayed. Jesus. Come on now. Fine. Do what you want. But I need to get back to the house. I'd like to stay with Quark. But he seems to be fine. I'll stay here with him. If I can do the voting for our pair, I can trust her. Is that alright with you? Yeah, sure. Well. You know what I'm doing with this. You're not obliged. Thanks, Luna. Take care of him. Of course. I'll make sure everything is fine. In this time we didn't find the old woman. Because she was not the only one in the infirmary. I think... That... I think it was the only one in the first. It was the only one in the first. Temuji gave her one last knot, then turned and dashed out of the infirmary. The only one in the first. We mean the three big ones. Yeah, yeah. Yeah, exactly. Well, that's that I guess. We should probably go and jump. We'll just wait to hear the rest of what he has to say later. I'd rather just get it all out in the open now. But there's not much we can do. Let's get going then. Oh man. 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 Hey, wo ist Dio? Er ist in seine A-B-Runde. Schon? Wahrscheinlich. Dann hat er das erste A-B-Gate eröffnet. Natürlich. Erinnerst du dich noch, wie wir vor 15 Stunden den Schlüssel für Case 1 gefunden haben? Ich werde nicht mit ihm sprechen können. Und dann auch die Szene mit der Axt. Was? Es gab doch mal die Szene, wo der eine eine Axt im Körper hat und der andere ein Speer oder ein Schwert. Du hast nur noch einen BP left, nicht wahr? Ja. Luna ist der gleiche. Wenn Fie wähle Ally und Dio wähle Betray. Fie und Luna werden verletzt werden. Ich habe keine Wahl. Ich werde zu wähle Betray. Der Risiko mit Ally ist einfach zu high. Alice, nicht du hast 1 BP, also? Das stimmt. Aber Kay und ich werden gegen Quark spielen. Und er wird einfach an Ally verletzt. Ich denke, du musst nicht über den Angriff getrennt, dann. Aber was wenn Alice und Kay wähle Betray? Du musst dich nicht überraschen. Das wird nicht passieren, obwohl, wie du mir gesagt hast, Quark ist zurückgekehrt. Er ist noch weich. Außerdem ist er nur ein Kind, um einen innozenten Kind zu betrachten. Ich meine, jetzt wird man wirklich sehen, ob dieser Grund echt war, den er uns gegeben hat. Selbst wenn du seine Zeit oder Kondition ignorierst, ist es gar nicht fair, dass jemand als jemand, der nicht wählt wird. Also wählt ihr zu Ella? Ja. Natürlich. Gut, dann, sollen wir gehen? Ja. Ich habe es nicht gezwungen. Das ist sowas. Also ich finde, das ist so schön übersetzt. Dieses I killed all of them, all six billion of them. Das würde man einfach nicht so sagen. Ja, that left only myself, Clover and Tim Mugen. Oh, das finde ich super. Das ist voll der ikonische Satz von dem Spiel geworden. Was über, wie du mich überzeugt hast, dass du einen Alli wählst? Vorhalb der Beauty wusste das alles schon? Ja. Und wir wussten noch nicht, dass die Erde tot sein soll? Ich glaube nicht. Es scheint, jetzt wäre es die Zeit, um mich zu wissen, wie du mich überzeugt hast. Also das Experimenten sind ja nicht alle in diesem Jahr. Seit 2028, da wird die Erde schon aus 8 bis 10 Jahren bestehen. Noch zwei, aber... Es ist nicht so kompliziert. Ich versuchte dir, dass Clover und I will als Alli wählen. Das ist es. Wobei ich auch nicht glaube, dass man um zwei Milliarden wächst innerhalb von 15 Jahren oder 20. Ich glaube, das ist aber akkurat. Zwei Milliarden? Mhm. Die wird immer weiter mega explodiert. Ich weiß nicht, ob wirklich zwei Milliarden sind. Aber ich weiß, dass das sehr extrem explodiert in den nächsten Jahren. Und du denkst, ich glaube, ich werde dir glauben, weil du nur 1 BP bekommst. Ich schau mal nach, was ich hier was sag. 2028 hat, ne? Interessiert mich jetzt. Seitdem, wenn du die Wahrheit erzählst, Du bist da. Du hast mich. Ich schau dir. Ich glaube. Und warum ist das? Sure, you might not, but you also might. If I get wrong, that's a pretty big loss for me. Seduce me, huh? Irv, there's no way on earth I'd do anything like that. Ugh, as if in your dreams, creep. Also, damit man mal sieht, wie explodiert das ist, diese, ah, die Lebenserwart natürlich, aber auch die Geburtenrate. Well, let's do that then. Ist halt vor allen Dingen wegen Indien, China, ne, wo früher die Lebensrate noch wesentlich geringer war, bei all den ehemaligen, äh, dritte Weltländern, die mittlerweile zu Industrieländern wurden, die jetzt halt aufholen. I'm not gonna lieb, though, I'm a little disappointed. Hm, so I can trust you. You're gonna choose ally. Yep. You can trust us. Promise. Of course. We promise. Alright. I guess I'll vote ally too. Wir sind schon bei 7,5 Milliarden. Echt? 3? Ich hab immer noch 6 im Kopf gehabt, weil ich das als Kind mal gelernt habe. Und man hat halt das, was man in der Schule gelernt hat. Wobei ich mich auch immer frage, wie diese Zählung stattfindet. Also das, das kam jetzt tatsächlich von offiziellen Statistiken und nicht mehr was vor oder so. I'm trusting you too. Von der UN kommen die Zahlen. Temuji gave us a curved knot, then turned and strode into the second AB room from the left. Ja, ist absurd, da beschäftigt man sich selten mit, ne? Ja, im Jahre 2100 könnten wir bei 18 Milliarden sein. Ich mein, was ich immer so witzig finde, ist, wenn man sich die USA vorstellt als dieses riesige Land, wo so viele Leute drin leben. Und der größte Teil der Fläche ist halt einfach nichts. Ich kann's dir genau sagen, in den USA leben 4,3% aller Menschen. In China leben 19%. Überleg mal, fast ein Fünftel jeder Menschen kommt aus, und 18% aus Indien. Da hast du einfach mal 35% der Menschheit drin. Sorry, wir schreiben grad extrem ab, aber es sind einfach faszinierende Zahlen. Das ist faszinierende Statistik und das Spiel ist ja schuld an diesem Abspruch. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Aber ich meine nur, man denkt sich dann immer, hä, gibt's so viel Platz auf der Welt? Leider ist die Antwort ja nein. Naja, in bestimmten Regionen gibt's den Platz nicht, in bestimmten gibt's aber halt sehr viel Platz. Und ich meine halt, die USA, da ist halt so viel einfach unbeflecktes Land. Viel ist halt auch einfach nicht so wirklich lebensfähig, weil es einfach Wüste ist in den USA oder Eiswüste in Russland. Ja, aber es gibt noch viel Land, was zumindest theoretisch bebaubar ist. Ja, das stimmt. Nur gibt's dann halt auch so Sachen wie Nationalparks und sowas, die da in Gefahr gehen und sowas. Ja, Tiere, die manchmal noch geschützt werden müssen von den scheiß Grünen. Hey. Ich bin da ganz bei dir, Tom. Moment, in welche Richtung geht das gerade? Ryan, let's get to it. Yeah. Krass, wir sind echt bei 7,6 Milliarden. Das ist so eine absurde Zahl. Heftig. Da ist man wirklich bald zum Mars. Ich hab mich übrigens verguckt, es sind 11,2 Milliarden im Jahr 2100. Also, das sind die wahrscheinlich... Ne, 11,2 ist die wahrscheinliche und die höchste sind 18 Milliarden. Naja, weil Lebenserwartung steigt doch... Die Lebenserwartung steigt immer weiter. Die Leute, die jetzt geboren werden, werden im Durchschnitt 93. Das ist krass. Also, in unserer Welt. Ja, ja. In unserer Welt, in den Industrieländern, wollte ich sagen. Ja, ja. In der ersten Welt. Können Sie mich für mich wählen? Jetzt verarscht sie uns. Wow. Weil es ja vorher war mit diesem Suddus. Wow. What? Ich meine, ich könnte versuchen und dich zu lösen. Aber du bist so groß und stark. Wow. Ja, 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 ja. Die verarschen uns nur. Yeah, well, ähm. So, I thought I might as well just ask you really nicely. Oh, I mean, I'd be happy to, um, pay you back. If you just pick Betray for me, then I'll listen to anything you say. Wow. Zum Glück ist sie 47, sonst wäre das richtig unangenehm. Anything. So, think carefully, okay? If you choose Ally, you're trusting him with your life. Yeah, if he chooses Betray, it's all over. Uh-huh. Are you really, really sure you can trust that old fart? Hey, now, that's not very nice. The only safe choice is to pick Betray. But if he chooses Ally and we don't. Then I'll have 9 BP. But you don't need to worry about that. Even if I do get 9 BP, I won't just go and open the number 9 door all by myself. I mean, Alice wouldn't have 9 points yet. And I can't leave her behind me. But you can't wait till you're close to me. I can't wait till you go. I can't wait till you go. I can't wait till you go. Yeah. I can't wait till you get to me. Do you think Betray? What do you think, Betray? What do you think, Clover? In the end, there was only one possible answer. Ich dachte jetzt, sie verarscht und einfach nur. Ne, ich war serious. Eli. Round 2, Result. Thank you, Ambidek. Thank you, Ambidek. Jetzt hat uns Tam Yuji verraten. Result, please. Gar keine Unterhaltung mehr stattfindet, ne? Einfach nur Result. Ja, sie hauen rein, I like it. Mhm. Of course. Ah. Schön. Verstehe ich da ganz, warum... Ganz viele Achter gerade, guck mal. In der nächsten Runde könnten viele Leute... Ja, aber Feil leider nicht. Ja. Feil war ganz schön lange. Ja, Feil war ganz schön lange. Please check. Dio ist halt am Arsch. Weil niemand wird jemals das anderes als Betreidegeber über ihn wählen. Looks like you managed to trust me. Well, it seems like I made the right choice. Only did what I said I would. You really helped me out. Thanks. Say the same thing. No need for thanks. Clover wanted to betray you. The corner of his mouth twitched into a grin. I felt myself smile a little in response. Clover, on the other head, looked less than pleased. That was a bad choice, Sigma. And after I told you I'd listen to anything you said. Oh well, whatever. She sighed heavily, shot me one last annoyed look and stalked off. Aber ist sie ja jetzt auch nicht schlecht dabei. Aber sie wäre jetzt schon raus. Aber im nächsten Run hat sie wieder gute Chancen. Across the room, Dio and Feil waren bereits über ihre eigenen Resulte. You tried to kill me and Luna. Can't say I'm surprised. Don't give me that. You know exactly what I was doing. I knew you weren't stupid enough to pick ally. You defend yourself with betray. Just like I would. Wait. Where is Luna? In the infirmary looking after Quark. Is that where Alice went to? Alice? No, she went into one of the AB rooms with Kei. Yes. We did indeed enter together. I knocked her out again. Just because I could. Some went unsteadily. In the direction of the Cyan door. Oh. She left the warehouse? Oh, unsteadily. I think it's happening. This is bad. Without even checking the results. I'm probably already dead. Is that then later than that? I don't know if it's really later than that. I'm really not sure. Yeah, it's not like Quark was going to betray you. Indeed. Too little too late. Too little too late. Wir haben sie es dann schon benutzt. If you say so. Being marked for my compassion is a small price to... Ah, siehst du. Er hat nicht gelogen in den anderen Timelands. Ja, ja, ja. Er ist einfach wirklich ein ganz schneller... Also nicht komplett selbstlos. War bestimmt auch ein bisschen selbst... Selbstbewahrung mit dabei, aber... Ich bin ein bisschen übel. Vielleicht hat sie in einer der Kabinen zu resten. Oh. Also, ich glaube das würde Sinn machen. An ominöse Rumble. Filled the warehouse? Ja. Ja. Ja.